Die Beratung.de-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Gut Ding will Weile haben, heißt es. Das gilt vor allem bei Immobiliengeschäften. Bei Immobilienriederer nimmt man sich daher für die Projekte sehr viel Zeit, um die Kunden in jeder Hinsicht zufriedenzustellen. Die erfahrenen Inhaber des Vorzeigeunternehmens, Franz und Verena Riederer, sind in Sachen Immobilien äußerst versiert und übernehmen dabei sämtliche Aufgaben. Ob Kauf, Verkauf, Vermietung, Wertermittlung, Exposé-Erstellung oder Anzeigenschaltung im Internet. Das sympathische und eingespielte Vater-Tochter-Gespann kümmert sich um die Immobilien, als wären es ihre eigenen. Auch wenn es um Fragen hinsichtlich Finanzierung, Sanierung und Vermietung geht, steht Ihnen das moderne Büro zur Verfügung. Immobilienriederer in Moosburg. Beste individuelle Beratung und ausgezeichneter Rundum-Service. Untertitelung des ZDF für funk, 2017